Das war das. Okay, also es ist ja nur eine Vermutung mit dem D, dass der das jetzt ist. Kann natürlich auch einer von den anderen sein. Eine Errungenschaft, guter Tag. Ein Angelhaken. Ich höre einer zu. Das macht Sinn. Die Kove ist ein wunderbarer Ort. Eine Art der Kommune. Lynette, die sie verabschiedet hat. Sie lässt jemanden, die folgen ihre Regeln. Keine Fragen zu stellen. Es ist meistens mit der Angst, Menschen zu verabschieden. Recovering Junkies, Ex-Gang-Members, und... Sie müssen sich sehr vorsichtig sein. Einige von ihnen an die Arbeit in der Minden arbeiten. Also, wie soll wir uns aufhören, Dicke finden? Tu, was immer nötig ist. Wir improvisieren. Du hast eine Option hier. Die Realität ist nicht so klar wie die Welt in deinem Kopf. Nur wissen Sie, dass die mehr du herum schlägst, die mehr die Welt schlägt. Und diejenigen, die in all das, sie schlägt wirklich hart. Ich dachte, dass das gar nicht Sinn macht. Das ist schwer. Das ist schwer? Warst du überhaupt nicht mit mir? Uh, meistens. Me? Uh-oh. Was ist mit dir? Was? Nicht so. Nein. Hört jetzt so. Oh-oh. Also, es wird immer schlimmer mit seinen Paranoia, mit diesem... Schizophrenen. Etwas-Typen seinem Gewissen, der da immer auf ihn einredet. Aber wer ist das? Sein Pherapeut? Ist das eigentlich die Realität? Ist das alles eine Einbildung, was wir da gerade erleben? Aber ich bin da echt gespannt drauf, was das Ergebnis von all dem ist. Also, ich weiß halt immer nicht, ist er halt schlecht oder gut? Manchmal hat er ja auch gute Ratschläge. Aber... Mir geht's gut. Das geht dich nichts an. Wir suchen nach jemanden. Mit Sam. Okay. Wir suchen nach jemanden. Okay. But be careful. People only end up here if they have nothing left to lose. Hoha. Tagebuch aktualisiert. Wen haben wir denn hier? Unbekannte Frau. Wow. Du schnittst gern, ich suche nach Dickie. Du solltest nicht sein. Du solltest nicht sein. Du schnittst etwas aus nichts. Du schnittst etwas aus nichts. Und dann schnittst es in etwas anderes. Das ist so nahe zu realen Magik wie wir können. Du schnittst etwas. Also. Du solltest mir sagen, was du hier bist? Ich schaue einen Mann named Dickie. Ich weiß nicht wo er ist und ich keine Ahnung. Ich könnte das mit dem Quad-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike-Bike. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht, wie du musst. Dickie muss einen von diesen Offroad-Quads haben. Es könnte jetzt noch hier sein. Ich brauche mehr Info, um herauszufinden, wo Dickie ist. Eine Werkbank. Richtig cool. Zum Bearbeiten von Holz. Sieht professionell aus. Macht sie richtig gut. Grob, aber funktionell. Richtig schön. Eigentlich voll gemütlich hier. Also ich meine dafür, dass das alles so mitten im Nirgendwo ist. Richtig schön eigentlich. Hier gibt es so viel zu entdecken. Jagdmesser. Dem Besitzer will ich lieber nicht in die Quere kommen. Dear Ms. Reynolds. 17. August 2015. 357. Concord Street, Summerville. Sehr geehrter Mr. Reynolds. Ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass West Virginia School Inc. nach einer Reihe kostspieliger Gerichtsverfahren und Bußgeldern in finanzielle Schieflage geraten ist und vor drei Tagen einen Insolvenzantrag nach § 7 gestellt hat. Infolgedessen wird ihr derzeitiges Arbeitsverhältnis aufgelöst und das Unternehmen stellt zum Ende der Woche sämtliche Aktivitäten ein. Alle ausstehenden Löhne und Krankengeldansprüche werden ordnungsgemäß ausgezahlt. Versicherungsansprüche bleiben bis zum Monatsende gültig, erlöschen jedoch danach. Mit freundlichen Grüßen, Morten Hendricks, Leiter der Personalabteilung. Ich glaube, das erklärt, wie wir hier enden. Hmm. Bergarbeiterhelden. Hier lebt ein ehemaliger Bergarbeiter. Ich muss vorsichtig sein. Meist über Schusswaffen und Erotik, die Magazine. Mhm. Die Flagge der Bucht. Aber es nervt immer, dass es mal angezeigt wird, mal nicht. Da haben sich halt die vielen verlorenen Schafe zusammengetan, ne? Das macht ja auch stark, in so einer Gemeinschaft zu sein als ganz alleine. Hier hieß nichts mehr. Hier ist so ein Lagerfeuer. Was ist hier? Picknittisch. Ist vermutlich für Wanderer gedacht. Oh, es ist so schön. Reifenschaukel. Muss von Kindern bewohnt worden sein. Und ein Grill. Kein Strom nötig. Einfach und praktisch. Linettes Wohnwagen. Sieht uralt aus. Sie hat vermutlich einen Großteil ihres Lebens darin gewohnt. Ja, da stehen die und sappeln, aber ich geh da noch nicht hin. Mögliches Verständnis. Ich geh mal da oben hin zu dem Wohnwagen, genau. Wo komm ich denn da hin? Kann ich hier so rum? Nee. Ich muss den Weg hier gerade mal eben finden. Oh, wer ist denn das hier? Wollt ihr was sehen hier? Sportausrüstung. Aus Ersatzteilen zusammengebaut. Sandsack. Verbessert die Hand-Augen-Koordination. Wird normalerweise von Boxern verwendet. Ein bekannter Mann. Aber wir reden trotzdem mit ihm. Ach, JR. Hi. Oh, oh. Sonst was? Ich suche nach Dickie. Ich muss dich was fragen. Hm, das ging mir in die Hose. Vielleicht hätte ich direkt danach fragen sollen, weil so war halt klar, dass er wahrscheinlich eh nein sagt. Naja, verkackt. Naja, verkackt. Einmal mit Sand. Ja. Bin ich unklug. Wie komme ich da oben zu diesem Wohnwagen hin? Oder kann ich den einfach von hier aus... Ah. Irgendwie da so... Ich will da hoch. Ah. Tyler. Oh, oh. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Wo ist Dickie? Sag mir, woher du Anna kennst. Wie bist du hier gelandet? Ich frag mal direkt diesmal. Wie ist das? Ich habe eine Freundin. Ich habe eine Freundin. Sie hat ein bisschen Zeit mit uns hier mit uns. Das Interview. Ich habe meine Geschichte. Ich habe mir gut gemacht. Ich habe mir. Ich habe mir. Und das Mann, der kam nach ihr, Nick? Ich habe hier, viermal. Ich habe hier drei oder viermalen. Ich habe mir eine gute Recipe für Bass. Okay, da kommen wir gar nicht hin. Okay. Ja. Hups. Sammer hier ist Bass. Ich versuche sie wegen Dennis Gardner zu erreichen. Es gibt Zeugen dafür, dass sie letzte Nacht eine Auseinandersetzung hatten. Sie haben den ganzen Vormittag nach ihm gesucht. Wir müssen ihnen ein paar Fragen stellen. Kommen sie aufs Revier, sobald sie können. Da ist die Polizei. Das war nur eine Frage der Zeit. Ja, ich habe ihn jetzt unterbrochen. Aber wir wissen ja, er will jetzt da in den Wohnwagen kommen. Wie soll ich denn sicher sein? Kann ich von hier hinten rum? So kann er da jetzt nicht hin. Hm. Das heißt, ich muss diese Linette-Geschichte machen, ne? Ich weiß ja auch gar nicht, welcher. Okay. Am besten ja da eigentlich, wo das Quad ist, oder? Weil wenn das Quad noch da ist, dann weiß man welcher Wohnwagen. Ich finde es cool. Ne, da komme ich nicht weiter. Okay, dann... Ich muss mich ja beeilen, deswegen... Äh, äh, äh. Sieht man von hier aus irgendwas? Ich weiß es halt nicht. Dann gehe ich erst mal zu den anderen. Organisierte Gemeinschaft, Gemeinschaft, Essen und Einrichtung. Ich finde das eigentlich richtig gut. Was die hier so auf die Beine gebracht haben. Aber ich gehe jetzt trotzdem zu den anderen. Unbekannte Frau. Oh, Martin, vielen Dank. Für zwei Monate Hallöchen. Dankeschön. Das ist toll. Wie alt keiner ist. Wegen Annas Artikel weißt du, wo Dickie ist. Warum kam Nick hierher? Sieht nicht, dass wir uns finden. Ich bin nicht die Leute, die Wolfen. Und du, Sam, bist ein Wolfen. Du hast nie mit ihm gehabt. Das ist mein Land. Alle die, die verloren haben, sind willkommen zu ihm. Wenn sie ein paar einfache Regeln. Auch wenn Dickie lebt auf der frange unserer Gemeinschaft, er ist ein von uns. Alles, was er will, ist, 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 dass du allein bist. Ich denke, dass du, von allen Leuten, wirst du verstehen. Danke der Nachfrage. Mir geht es gut, Martin. Ich hoffe, dir auch. Ich bin schon so eine Weile jetzt am Stream und wollte jetzt eigentlich demnächst Schluss machen, jetzt wo du reinschneißt. Vielleicht hätte ich später anfangen sollen. Daran musste ich gerade denken. Denken mir, ach, wie blöd. Wegen Annas Artikel. Warum kam Nick hierher? Ich muss gehen. Ich habe den Artikel, die Anna geschrieben hat, über dich und diesen Ort. Warte. Du hast ihn? Wann? Nick? Nick's Fishing Shack. Oh. Was hat dich entwickelt, diese Gemeinschaft? Ich finde, dass wir souls in need of Hilfe brauchen, nach der Mine closed. Der Welt ist ein grosses Ort. Wir alle brauchen ein Touch of Kindheit in unseren Leben. Du bist definitiv das, Lynette. Danke, mein Lieber. Großzügige Spenden? Ja. Wow. Hat Nick nach Drogen gefragt? Verstehe. Mhm. Ja, hm. Können wir nochmal mit ihr reden? Okay. Gespräch beendet. Ja, und sagt Anna noch was dazu, oder? Ja, also mögliche Verstecker haben wir jetzt. War ja vorher auch schon klar, dass es etwas davon sein kann. Er ist da drin. Achso, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich fand ja auch die Quad-Geschichte ganz interessant. Und er muss clean sein und tralalala. Er könnte auch da oben sein. Da muss dann keiner helfen. Schüppel ab. Können wir mal erkundigen? Ähm, Leute. Haben wir hier über den, den wir suchen, ist das hier irgendwie zusammengefasst? Ne, ne? Nur die, mit denen wir bisher gesprochen haben. Schade. Schade. Ich will mich jetzt halt echt nicht vertun. Könnte überall sein, aber ich kann ja auch nicht mehr sehen. Also es ist... Man kann zwar ein bisschen hier ran, aber... Kann auch der da hinten sein. Also das gibt mir jetzt auch keinen Hinweis. Und vielen Dank für die Bits. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz lieb von dir, Martin. Da freue ich mich drüber. Danke schön. Also... Und viel Spaß übrigens bei deinem Besuch. Er ist da drin. Also entweder den mitleuchten oder ohne. Ach komm, ich nehme jetzt das Ding da rum. Was? Ach so, das sehe ich von hier nicht. Es ist so dunkel. Mega. Kann ich jetzt hier rum oder immer noch nicht? Oh oh. Nur zu. Ich will nur mit Dickie reden. Ich will keinen Ärger. 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 Hey Mann. Dieser Mann ist nicht wertvoll. Nur vergiss ihn. Aber wenn er nicht das Wort bekommt, dann werde ich dir helfen. Entschuldigung? Entschuldigung? Okay, an den Typen komme ich jetzt nicht mal so eben vorbei. Ich will diese beiden, wenn ich von Dickie hinbekommen will. Ich muss sie weg von seinem Trailer schauen. Die Kaelas Tente ist der echte echte Platz für eine Distraktion. Das ist das opposite Ende des Campes. Soll ich dann zu Feuer machen, oder? Soll ich wieder in meinen Gedankenpalast? Ach so, ich soll Hinweise und so. Ja, den hatte ich ja schon untersucht. Wie können wir den denn jetzt... Ja, keine Ahnung. Irgendwas hier vielleicht? Ein Buch. Betracht. Ein Bild. Nimm das Bild. Ich... Ach, es wird mir immer manchmal angezeigt, manchmal nicht. Da, äh, jetzt. Mhm. 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 Okay, ich habe einen Hinweis, aber das reicht alles noch nicht. Ich soll die ja hier ablenken. Vielleicht... Guck mal, hier sind die anderen. Können die mir nicht helfen? Nee. Kein Strom. Vielleicht können wir ja in die Hütte von Lynette. Sieht uralt aus halt. Äh, uralt sieht sie aus. Ähm, nee. Hm. Ist halt durch dieses Ringlicht, das auf mich scheint, ist es für mich halt extrem dunkel. Und vielleicht sehe ich dann manchmal so wie das Quad gar nicht die Details. Ja, du Blödmann. Ja, das hatten wir auch schon. Aber... Das reicht mir leider immer noch nicht für einen Hinweis. Für einen Ablenkungsmanöver-Hinweis. Uh, ich kann mich hier verstecken. Ich kann mich hier verstecken. Also, da ist ein Spind. Ne, das klappt nicht gut. Da ist das andere schon besser. Also, alles in diesem Bereich hier, ja? Okay. Oder fast alles. Ich finde den Spind gar nicht schlecht. So sie Evo ist innmäßig. Aber was wollen die denn jetzt noch? Hallo, Kayla. Bist du Ethans Schwester? Du bist Ethans Schwester, oder? Ich war seine Schwester. Wie stopf du, jemandem Schwester zu sein? Er versucht, jede Entscheidung in meinem Leben zu machen. Gleich wie die restlichen meiner alten Familie. Aber Ethan war bei weitem der größte... ...suffocating. Ich mag nicht, wer ich war, wenn ich ihn umgekehrt war. Ich mag nicht, dass wir uns nicht. Also, ihr zwei noch nicht mehr über uns sprechen? Nicht wirklich. Na ja, die letzte Mal, als wir es gemacht haben, kam ich hierher. Vielleicht war sein Freund, dass er harsch war. Du kannst ihm sagen, dass wir uns gesprochen haben. Wenn du siehst. Es ist wahrscheinlich Zeit, dass ich dich alleine lasse. Und Tagebuch aktualisiert. Das können wir noch in Ruhe dann lesen. Aber mir fehlt eigentlich noch so der letzte Hinweis. Vielleicht können wir mit Lynette auch noch mal sprechen. Oder auch nicht. Ist hier hinten eigentlich noch was? Ach ne. Geht er wieder zurück. Okay, in die Ecke darf ich auch nicht. Hm. Hier ist was am Wasser. Ja. Schwierig. Was hab ich denn jetzt noch übersehen? Mir fehlt, glaube ich, bestimmt nur noch so ein Hinweis oder so. Dann war es das. Ich streue da hier extra in den dunklen Ecken schon rum. Aber ich dachte eigentlich auch, wir sollen hier irgendwie was machen. Hm. Nee, was hier ist, das hilft mir alles nicht weiter. Hatte ich mir alles schon angeguckt. Aber ich will... Wollte da ja auch gar nicht so weit in. Oh, ich wollte doch nur noch gucken, ob ich da noch was finde oder so. Vielleicht mit der Flagge irgendwas? Was? Ja, ich weiß, ich hatte das andere schon. Was ist denn hier tolles, wichtiges noch? Da oben vielleicht was? Irgendwas oben? Guck so wenig nach oben. Oder ganz unten. Ey, ich hab mich hier so gründlich jetzt schon umgeguckt und... Nix. Also da ist nix. Und den Vorhang hatte ich auch schon. Was wollt ihr von mir? Ja, hier ist ja auch nix. Es muss ja irgendwie funktionieren, dass ich die da aus der Ecke wegbringe. Da in die Ecke darf ich aber auch nicht hingehen. Was ist denn da noch? Da war auch nix. Hier waren wir eigentlich auch schon drinnen gewesen. Mehrfach. Hm. Hm. Wäre so heimlich bei der Linette da reingegangen, aber das ist auch nicht richtig und auch nicht nett. Also... Lassen wir das wohl mal. Und Anna... Bock? Ja, sie fügt sich gut ein. Nimm dir doch mal ein Beispiel von ihr, dann fitzt du dich auch rein. Mein erster Gedanke war eigentlich sowas wie ein Feuer machen oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwas so... Oh, dass da alle hinlaufen, aber... Ey, ich schnall's nicht. Welcher Hinweis mir hier fehlt? Ne, keine Ahnung. Vielleicht ist ja irgendwas in so einer dunklen Ecke und ich seh's noch nicht. Das kann natürlich sein. Okay. Vielleicht kann da nochmal am Steh, aber das ist halt sehr weit weg. Keine Ahnung. Am Ende liegt hier irgendeine Leiche da unten am Wasser. Können wir nochmal reden, du? Okay, der will mit uns nicht reden und der passt da auf. Wir Zeit jetzt. Wir Zeit. Oh, der Bär ist ein Hinweis. Ach, doch ein Feuer. Alles klar. Oh, wie böse, dass wir das jetzt machen. Mhm. Also, das Feuer machen und der Bär. Hier ist die Streiche. Super. Yes. Und, was ist mit der Eule? Genau das ist es. Warum müssen es denn die armen Holzfiguren sein, wie du meinst? Ja, das ist ja nett von dir, dass du wenigstens bei deiner Randalenaktion hier noch daran denkst, dass man das vielleicht löschen sollte. Wo ist denn dieser Eimer? Wo ist denn dieser Eimer? Kannst du den bereitlegen? Wo ist denn dieser komische Sandeimer? Was ist hier? Achso. Aha. Okay, ich muss es verstecken. Und hier ist ja dieser Eimer. Okay, nee, lieber ein Feuerlöscher, weil das Ganze ist sonst zu low. Okay. Ja. Gut. Dann machen wir das Geräusch. So. Und wir verstecken uns dann im Spind oder what? Bleib mal hier bei der Bären-Geschichte. Dass er hier die ganze Zeit auch so rumschnüffelt, merkt natürlich auch keiner bei seinem tollen Vorhaben. Das ist ganz unauffällig. Ich warte jetzt wieder darauf, dass ich irgendwas anklicken kann, weil das sind halt Punkte, die kann ich nur lesen. Und der Bär, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich den nehmen könnte. Hm. Kann ich mit denen jetzt noch wieder reden oder? Picknicktisch. Hallo. So, der Grill. Guck mal, hier ist doch was. Wasserschlauch. Jetzt, jetzt haben wir es. Alle Hinweise sind da. Anna. Anna, ich habe da so eine ganz tolle Idee. Hey, Anna. Kann ich eine kurze Sidebar haben? Ich habe ihn gefunden. Wo? Der Goon Squad wird mir nicht nahe. Lynette wird nicht besser sein. Sie schauen nach ihren eigenen. Ich kann da hin, aber ich brauche deine Hilfe. Was genau planst du genau? Was planst du genau? Ich brauche eine Distraktion, um zu Dickie zu kommen. Die Beare-Statue in der Kaelas Tent auf Feuer würde funktionieren. Aber es ist kritisch, dass ich an Anna zu agieren, oder ich nicht genug Zeit habe. Dann kann ich eine Mache benutzen, um die Splinter und die Feuer starten. Ich muss nachdenken, bevor Lynette und Kaelas Tent auf mich befinden. Nach dem, ich schlaue in der Kabin. Tyler und J.R. werden die Feuer ausbauen. Die Feuer geben mir eine Möglichkeit, um zu Dickie zu gehen, unnotizieren. Ja, das wird klappen, irgendwie. Vorher. Was sollte Anna tun? Die Schlüssel zum Van verstecken. Den Wasserschlauch sabotieren. Ähm. Beides wichtig, ne? So, sie versteckt erstmal die Schlüssel. Und das Ende. Nach J.R. der Letzte der hilft. Nach J.R. der Letzte der hilft. Sobald allein. Wenn das Feuer lodert. Ne. Sobald allein. Ähm. Den lassen wir hier stehen. Da kann ich nichts machen. Da vorne muss ich hin. Das sind jetzt nur so erstmal meine ersten Ideen hinter dem Vorhang. Du gehst in den Schrank. Sie versteckt den Schlüssel. Der Bär, der brennt. Sie läuft los. Du versteckst dich im Schrank. Dann wird sie aber den Schlauch holen. Und damit ist es schon wieder vorbei, ne? Mit dem Feuer. Der geht weg. Und er wird entdeckt. Also doch der Wasserschlauch. Okay. Den Wasserschlauch sabotieren. Und der Letzte der hilft. Sie sabotiert den Schlauch. Der Bär brennt. Ja, die Leute sind aufmerksam. Mit dem Spind lassen wir mal. Oh. Und er wird entdeckt. Das heißt, wir verstecken uns nicht im Schrank. Unterm Tisch. Da werden wir doch auch entdeckt. Dann dreht die sich um. Also nehmen wir doch eher diese komische andere Ecke. Wo ist denn das hier mit dem... Genau im Schrank. Vorhang finde ich gut. So. Vorhang. Das Ganze nochmal. Dann geht er an seinen Wagen. Und das war's dann auch schon wieder, ne? Schwierig. Aber sonst ist sie so schnell mit dem Schlauch. So oder so, ne? Also das lassen wir mal. Wann komme ich raus? Ich glaube darauf kommt es halt auch irgendwie an, ne? Also ich finde es eigentlich besser, wenn der Schlauch nicht geht. Sobald ich alleine bin, machen wir mal. Nochmal. So, versteckt. Sucht einen Schlauch, der aber nicht geht. Sonst wäre sie viel zu schnell. Dann laufen sie los. Klar, er kriegt seinen Van auf. Aber... Da finden sie mich nicht. Das kriegt er auch auf. Die helfen alle. Okay, die kriegen ganz schnell das Feuer so gelöscht. Und wir sind allein. Aber alle sind abgelenkt. Ha. Oh Gott, ich weiß nicht, wann ich rauskommen soll. Jetzt geht's los. Oh, 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 oh. S chamado Jagd. Ich versuchze die Hellen. Wer hilft, meine ground. Ich werde nicht vaig sammeln. Keine schreck. Ich werde nur inediatischen Eleín. Ich werde mich in der個人. Entfer이지� tumor sein. 1080 Bombe! Satan! 1914 Retow policies mapping. Eat mal! Es anders ist. Alles ist zu Unter demono. Das hat man sich in der heat. Senf also mache ich nicht san. Ich werde mir da nicht áno! ich musste gar nichts tun finde ich gut ich musste nur zugucken oh Declan ihn am kranken oh ich hätte ihn am kranken packen sollen oh oh so fort gehen oh das war knapp schnell gehen Feuerprobe Errungenschaft oha der Cop alter Falter wer ist denn da alles verwickelt in diese Nick Geschichte jetzt wird es echt langsam ja so ein Spinnennetz von Geheimnissen die langsam ans Licht kommen ich hätte ihn aber im Graben packen sollen dann hätten sie uns nicht gehört glaube ich so 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 so